Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hausbau-Video und heute, wie schon angekündigt, die zwei Wohnwagen von Conny und Urmel aus dem neuen Let's Play mit Conny und Urmel. Das verlinke ich euch auch mal in der Infobox und in der Endcard. Jedenfalls, wir haben ein kleines Baby-Challenge-Spin-Off-Let's Play angefangen und ich fand, dass zu den beiden Wohnwagen gut passen würden, also weil sie beide eher naturverbunden sind, hätte ich es mir gut vorstellen können, generell, dass sie hier auch in Windenburg wohnen und ja, nicht in der Stadt wohnen, sondern eher etwas weiter draußen auf dem Land. Und gerade bei Wohnwagen kann man es ja auch so ganz gut einrichten, dass auch vieles von dem, was die Sims machen können, auch draußen stattfindet. Also wir haben dann draußen auch eine Sitzecke und einen Grill und so weiter. Das bietet sich ja da gut an, man ist ja im Prinzip direkt mit draußen in der Natur. Und ja, ein Wohnwagen wäre ein bisschen zu klein gewesen für die beiden Sims, gerade eben auch, weil es Geschwister sind und keine Pärchen und dadurch halt auch nicht im selben Bett schlafen werden, sondern jeweils ein eigenes Zimmer haben wollen. Und deshalb habe ich zwei Wohnwagen gebaut. Einer ist ein bisschen größer und hat die Küche, ein Badezimmer und ein Schlafzimmer und der andere hat dann ein kleines Wohnzimmer und nochmal ein Schlafzimmer. Ich habe erst angefangen, jedem Wohnwagen sein eigenes Badezimmer zu geben, bis mir irgendwie aufgefallen ist, dass es eigentlich Platzverschwendung ist, weil man nicht zwei Badezimmer braucht, wenn man nur zwei Sims hat. Und ja, so kam das zustande. Der eine Wohnwagen hat auch ein Auto, was da vorgestellt ist, der andere nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein bisschen unrealistisch, dass man zwei Wohnwagen hintereinander an ein Auto dranhängt, aber vielleicht hätte man dann irgendwie eben noch ein zweites Auto irgendwo versteckt, was man noch mitnehmen könnte, um den anderen Wohnwagen zu transportieren. Wobei hier beide Wohnwägen auch schon ziemlich eingewachsen sind von Pflanzen und Fahnen und so weiter. Also die sind sicherlich auch schon lange nicht mehr bewegt worden und auch in den Wohnwägen drin ist alles ziemlich viel dekoriert. Da steht viel auf Regalen drauf und so. Also es ist anzunehmen, dass die beiden schon länger nicht mehr von der Stelle bewegt wurden. Und ja, falls euch da Ähnlichkeiten auffallen und ihr sagt, Hm, Amimi, ich erinnere mich irgendwie sowas in der Art, habe ich doch den jetzt schon mal auf deinem Kanal gesehen, auch teilweise in ziemlich genau demselben Farbschema, zumindest was den einen Wohnwagen angeht, dann hättet ihr vollkommen recht, weil gerade hier der Wohnwagen, an dem wir jetzt arbeiten, der ist schon sehr, sehr angelehnt an den Wohnwagen, den ich schon mal in den Sims 4 gebaut habe. Den kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Wir haben hier den gleichen Wandbelag außen dran und wir haben nachher auch so eine Art Markise, die auch genau die gleiche ist, wie auch schon im anderen Wohnwagen, den wir gebaut haben. Das war von mir aber auch gar nicht so unabsichtlich, weil ich so gerne in diesem Wohnwagen gespielt hätte, als ich den gebaut habe und einfach nicht die Zeit dafür hatte und es in die Let's Plays, die zu der Zeit gelaufen sind oder das eine Let's Play, was gelaufen ist, nicht reingepasst hat. Und ja, deshalb ist hier der Wohnwagen sehr daran angelehnt, damit ich im Prinzip quasi doch in dem Wohnwagen spielen kann oder zumindest in einem Wohnwagen, der dem ähnlich kommt. Also zumindest von außen. Von innen ist es dann doch recht anders. Und ja, hier richten wir gerade die Küche ein. Ich habe diese Eckbank aus Dineout verwendet, einfach weil ich fand, dass die super gut hier reingepasst hat, gerade auch mit diesem Mosaiktisch aus Großstadtleben. Außerdem habe ich hier die Küchengeräte in diesen Mintfarben gehalten, weil eben auch Conny und Urmel sind gerade erst erwachsen geworden. Sie sind noch ganz jung, ziehen das erste Mal aus und ich hatte so den Eindruck, dass sie gerne auch alles irgendwie so ein bisschen noch jugendlich und bunt und lustig und ja, einfach ein bisschen kreativer und ein bisschen innovativer halten wollen. Und deshalb haben wir hier ganz viele fröhliche, bunte Farben damit auch reingebracht. Und ich liebe diese, diese orangenen Früchte. Ich denke mal, das sind Pfirsiche und irgendwie Wassermelone, sieht man da so ein bisschen drin. Neben diesem mintfarbenen Kühlschrank. Ich finde, das sieht so schön zusammen aus, dieses Warme und Kühle nebeneinander. Oh, ich habe, also, als ich die Screenshots gemacht habe, habe ich, ich war total lange auf diese Obststalle mit dem Kühlschrank daneben fokussiert und so, oh, das sieht so schön aus, wie manchmal habe ich so mit Farben. Und ja, ich finde, dass es sehr gemütlich hier wirkt. Ich meine, offensichtlich, wir haben nicht so viel Platz hier, wobei ich eher einen etwas großzügigeren Maßstab hier gewählt habe. Also, verglichen mit der Größe der Sims haben wir hier doch eher viel Platz. Also, es sind eher ziemlich große Wohnwägen, aber es ist mir eigentlich ziemlich egal, weil ich möchte drin spielen. Und ich wollte, dass es so aussieht, wie es aussieht. Und eben auch gerade, weil es auch fürs Gameplay gedacht war und ich sie einfach nicht einfach nur so gebaut habe, wollte ich eben auch, dass genug Platz ist, dass die Sims ohne Probleme auch zu zweit da reinpassen und auch zu zweit sich frei bewegen können und so weiter. Und deshalb sieht es jetzt auch so aus, wie es aussieht. Und ja, es hat viel Spaß gemacht, nochmal einen Wohnwagen zu bauen oder zwei Wohnwägen zu bauen. Das fand ich sowieso auch beim letzten Mal. Das ist einfach, ich meine, es macht mir immer Spaß zu bauen, sonst würde ich es auch nicht machen. Aber dass gerade das nochmal extra viel Spaß gemacht hat, die zu bauen. Und ja, und wir haben einen Spiegel in der Küche, weil irgendwie ich fand, dass es hier reingepasst hat, in der Küche mal einen Spiegel zu haben. Und hier haben wir noch einen Computer in der Küche. Im anderen Wohnwagen hat Conny nochmal ihren eigenen Computer. Es sind keine teuren Computer, aber ich wollte eigentlich schon, dass beide dann die Möglichkeit haben, einen Computer zu haben. Nicht so sehr fürs Gameplay unbedingt, da würde vielleicht auch ein Computer reichen, aber eher so, ich finde es persönlich, wenn man erwachsen ist, nicht verkehrt, einen eigenen Computer haben zu können, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Das hier ist bei weitem kein Starter-Grundstück. Also ich habe die beiden, also Urmel und Conny, auch mit einem Cheat hier einziehen lassen. Es ist jetzt aber auch nicht furchtbar, furchtbar teuer. Ich weiß jetzt leider auswendig nicht, wie viel es kostet, aber es ist machbar in dem Spiel. Einfach auch dadurch, dass es ja als Grundstück selbst gar nicht so groß ist und auch der Gebäudeteil in Anführungszeichen auch nicht so groß ist. Und ja, wenn ihr es runterladen möchtet, das ist auf der Sims 4 Galerie, unter dem Hashtag AmimiXD und unter der Origin-ID AmimiXD. Und wenn ihr es etwas, ja, billiger machen möchtet, das Grundstück, dann würde ich euch empfehlen, einfach ein paar der Pflanzen zu löschen. Das ginge auch ohne Probleme. Ich habe hier, glaube ich, an Packs mehr oder weniger alles querbeet verwendet, so wie ich das meistens mache. Ich denke aber, es ist auch nicht so schwer, die Objekte, die ihr dann vielleicht nicht habt, wenn ihr nicht alles habt, zu ersetzen und was anderes zu nehmen. Auch bei den Reifen, die ich jetzt draußen genommen habe, das sind hier Objekte aus diesem Sims 4 Fitness Accessoire Pack. Da würde ich euch empfehlen, auf Miss Vanillas Kanal mal vorbeizuschauen. Ich kann euch dazu das Video auch in der Infobox auch mal verlinken. Die hat eine andere Methode gefunden, die Reifen von einem Wohnwagen nachzustellen. Das heißt, auch wenn ihr das Pack nicht hättet, gibt es auch eine schöne Möglichkeit, trotzdem einen Wohnwagen mit Reifen zu haben, wenn ihr das möchtet. Und ja, hier habe ich recht viel dekoriert. Und halt auch einfach, weil man so wenig Platz hat, ist es dann auch eine Herausforderung, viele Deko-Objekte unterzubringen, ohne dass es überfüllt aussieht, was ich dann auch wieder eine angenehme Herausforderung finde. Und ja, hier ist das einzige Badezimmer, was wir auf diesem Grundstück haben. Aber halt wie gesagt, wir haben nur zwei Sims. Das sollte kein Problem sein. Und es ist ein relativ, wie soll ich sagen, also es sind relativ hochwertige Objekte, bis jetzt vielleicht auf die Toilette. Das ist so die billigste Toilette. Aber ansonsten, so die Dusche und das Waschbecken sind von ziemlich guter Qualität dafür, dass man überlegen muss, dass Urmel und Conny ja gerade erst ausgezogen sind. Also da haben sicherlich ihre Eltern auch ein bisschen zusammengelegt, um ihnen dieses Grundstück hier zu ermöglichen. Und ja, hier über die Toilette hängen wir so ein Plumbob-Bild. Das habe ich mir von Steffo Sims abgeguckt. Dadurch sieht es dann halt nochmal so aus, als hätten die Sims das über dem Kopf, wenn sie auf der Toilette sitzen, halt auch, wenn sie das eigene nicht über dem Kopf hätten. Und hier habe ich was probiert. Und zwar wollte ich so eine Art, ja, wie soll man sagen, also halt die Stelle, wo man eigentlich den Wohnwagen an ein Auto ankuppeln würde, nachstellen. Und dann halt stattdessen so ein, ja, wenn der Wohnwagen nicht angekuppelt ist, so ein Platzhalter-Dings nachstellen. Und auch hier ist ein kleiner Trick, den ich mir von Miss Vanilla abgeguckt habe. Und zwar hatte ich ja in den letzten Wohnwagen noch mit einem Baseballschläger ans Auto verbunden. Und hier haben wir jetzt zwei der Räucherstäbchen genommen und damit das jeweils verbunden. Und von daher, ja, sieht es dann realistischer aus. Darauf bin ich, als ich es gebaut habe, nicht gekommen. Und ihr seht hier, es sieht schon mehr nach Anhängerkupplung aus. Anhängerkupplung, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Genau. Sieht ein bisschen mehr nach Anhängerkupplung aus, als der Baseballschläger. Vor allem sieht es etwas stabiler aus, was auch gut ist. Und hier sind wir schon am zweiten Wohnwagen. Ich, wie gesagt, ich habe erst überlegt, ob ich da noch ein Badezimmer mit unterbringe. Einfach auch so aus Gewohnheit. Ich baue ein Haus, also hat es ein Badezimmer, ohne halt drüber nachzudenken, dass ich eigentlich keins brauche unbedingt. Aber das ändern wir nochmal. Grundsätzlich hier der Wohnwagen, da wird auch noch viel von dem, was wir jetzt machen, und später noch geändert und einfach noch ein bisschen, ja, woanders hin bewegt und so weiter. Und wir haben hier auch eines dieser wunderbaren großen Fenster nach draußen. Und hier hatte ich jetzt Connys Schlafzimmer. Also wir verwenden das Bett auch am Ende, nur halt wir stellen es noch woanders hin. Und ich wollte halt auch, dass Conny so ein bisschen dieses Multikulturelle von Großstadtleben in ihrem Zimmer hat. Also auch hier, es sieht vielleicht sehr bunt und man könnte jetzt vielleicht nicht so den Finger drauflegen, zu welcher Kultur genau das jetzt gehören würde, was man da sieht. Man weiß nur irgendwie, es ist nicht, also es ist inspiriert von anderen Kulturen. Oder zumindest ich könnte den Finger nicht drauflegen und sagen, es ist jetzt genau die Kultur. Und wir haben viel Rot verwendet. Das ist jetzt von ihrer Kleidung her nicht unbedingt zu ihrer Farbe, aber ich meine, mein Gott, man kann sich auch anders kleiden und trotzdem in der Einrichtung andere Farben mögen. Und hier habe ich mit dem Teppich ein bisschen rumprobiert, weil ich nicht wieder den Teppich nehmen wollte, den ich immer nehme. Aber Spoiler, Spoiler, ich nehme den Teppich, den ich immer nehme, weil er so schön ist und weil ich nicht anders konnte. Und weil ich mir dachte so, okay, komm, mit dem Grundstück spielst du ja später auch noch ein ganzes bisschen. Also kannst du ruhig auch den Teppich verwenden, der dir so gefällt, auch wenn du den sonst in der letzten Zeit auch schon ein paar Mal verwendet hast. Und hier habe ich eine Zeit lang mal mit Blau rum experimentiert. Das hat mir aber nicht so gut gefallen wie das Rot und ich bin wieder zum Rot zurückgesprungen. Und ja, auch hier ganz viel dekoriert, ganz viel Zeug. Und hier haben wir was mit den Regalen über dem Bett gemacht, was ich auch sehr schön fand, was auch, wenn ich gerade auch zu diesem Stil echt gut passt und daran sieht man aber auch, würde der Wohnwagen noch fahren, wäre diese Pflanze schon längst runtergefallen und alles wäre voller Erde und Tonscherben und es wäre ein Desaster. Da diese Pflanze noch da steht, ist es wahrscheinlich so, dass der Wohnwagen nicht viel bewegt wird, weil es sonst auch zu viel Arbeit wäre, diesen ganzen Krimskrams immer draufzustellen und wieder wegzuräumen und wieder draufzustellen. Ja. Und wer weiß, vielleicht waren das einfach zwei Wohnwagen, die nicht mehr fahrtüchtig sind und da rumstanden und Urmel und Conny haben die mit der Hilfe von ihren Geschwistern und ihren Eltern repariert und, also nicht repariert im Sinne von, dass man sie fahren kann, aber repariert im Sinne von, dass sie, ja, intakt genug sind, dass man darin wohnen kann und haben sie dann schön eingerichtet, einfach weil es vielleicht günstiger ist, als ein Haus zu kaufen oder ein Haus zu renovieren. und, ähm, genau, hier habe ich jetzt entschlossen, dass ich kein Badezimmer haben möchte oder ich habe entschieden, dass ich kein Badezimmer haben möchte hier und habe dann dafür ein separates Schlafzimmer gemacht und der andere Raum wird dann zum Wohnzimmer für die beiden und, ähm, ja, ich finde es auch gar nicht schlecht. Wir haben hier, ähm, nur wenig Türen wirklich, also die einzige geschlossene Tür haben wir zum Badezimmer hin im anderen Wohnwagen und halt die, ähm, Wohnwagentüren zum Wohnwagen rein. Aber ansonsten habe ich auch recht viel mit Bögen gemacht, weil ich einfach finde, dadurch, dass der Platz ohnehin begrenzt ist, ähm, wirkt das durch Türen noch beengender, als es sonst wirken würde und auch, es sind nur zwei Sims, die hier wohnen. Es sind Schwestern, sie haben sich bei der Baby-Challenge jahrelang oder in Sims-Zeit jahrelang ein Zimmer geteilt noch mit anderen Geschwistern. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie super, Stress hätten, wenn sie jetzt ein Zimmer hätten, was nur über einen Bogen anstatt über eine Tür von den anderen Räumen getrennt ist und, äh, außerdem haben sie ja sowieso nachts sozusagen jeder ihren eigenen Wohnwagen und, ähm, ja, auch Conny hat hier eine kleine Computerecke. Beide haben einen eigenen Kleiderschrank. Conny hat diesen, diesen Kleiderschrank, den ihr jetzt gerade seht und Urmel hat diesen begehbaren Kleiderschrank. Hier kommt die Couch, die die beiden, ähm, auf dem Flohmarkt gekauft haben in der, in der Folge Conny und Urmel auf dem Flohmarkt von der 100 Baby Challenge und da ist halt auch mein, mein aktueller Lieblingsteppich, den ihr gerade seht. Es ist nicht exakt dieselbe Couch, also ich konnte die Couch nicht von einem Familieninventar ins andere mitnehmen, aber es ist, äh, das gleiche Objekt, ähm, das jetzt hier drin ist und es hat auch da Spaß gemacht, so eine Vorgabe zu haben, also man hat diesen kleinen Raum und dann hat man die eine Couch, die man verwenden muss und alles andere muss man so drumherum gestalten, dass es zusammenpasst, das fand ich cool und, ähm, ich habe außerdem diese Kissen von dieser, von diesem neuen, äh, Kleinkinder-Accessoire-Pack verwendet. Ich fand, die haben super hier reingepasst, auch mit diesen verschiedenen, mit diesem Orange, also mit diesem sanften Orangeton, mit dem, ähm, kräftigeren Orangeton und dann mit dem Gelbton oben drüber. Ich fand, das hat super schön ausgesehen und, ähm, ich finde auch die Vorhänge dahinter echt cool. Ich finde, die Vorhänge hier in dem Raum, die jetzt hinter der Couch sind, sehen für mich so ein bisschen 70er-Jahre-mäßig aus, was aber, wie ich finde, auch ganz cool zu dem Wohnwagen passt. Ich weiß nicht, so 70er-Jahre habe ich auch so dieses VW-Bus mit, ja, Hawaii-Muster-Gardinen oder solchen Gardinen im Kopf. Ich weiß nicht, ob das unbedingt stimmt, aber das habe ich als Bild so im Kopf und ich fand es ganz cool, dass das so ein bisschen hier auch mit drin ist. Und jetzt erstellen wir hier die Markise, die wir auch im anderen Wohnwagen, im, äh, Hippie-Wohnwagen schon hatten. Und, äh, die habe ich einfach über ein Dach erstellt, ähm, bei dem ich dann einfach eine, ähm, Oberfläche als Textur gewählt habe, die so ein bisschen nach Staub auch aussehen könnte und, ähm, ja. Habe dann hier die Säulen so platziert, als würde das das so aufrecht halten und darunter haben wir dann eine schöne Essecke und einen Grill und ganz viele Pflanzen, also nicht unter der, äh, Markise selbst, aber halt im Außenbereich und, äh, ja. Ich glaube halt wie gesagt auch, dass, ähm, Conny und Urme wirklich gerne draußen wären und auch ihr Grundstück gerne etwas verwilderter halten würden und da lieber ein paar, ähm, Wildkräuter und, ja, fälschlich Unkraut, was eigentlich gar kein Unkraut ist, sondern einfach nur Pflanzen, die wild wachsen, da hätten haben wollen und, äh, ich habe erst überlegt, hier wirklich einen Tisch mit Stühlen zu platzieren und habe dann aber eine dieser Bänke, ich weiß gar nicht, ob die aus Großstadtleben ist oder aus dem, ähm, Kleinkinder-Accessoire-Pack, weil es gibt bei beiden so bunt, aber ich glaube fast, dass es aus Großstadtleben jedenfalls, ich fand es total schön, dieses, ähm, etwas schon zerkratzt aussehende Holz, was dann so in ganz bunten, fröhlichen, jugendlichen Farben angemalt wurde und ich könnte mir vorstellen, dass Urme und Conny das auch zu zweit, ähm, restauriert haben und ich finde es auch irgendwie schön, die zwei Schwestern jetzt hier wohnen zu haben, weil sie auch so, äh, Sims sind, die ich einfach gerne spiele und dass es so ein bisschen weiter geht jetzt hier und, ähm, ja, dadurch kommen die beiden Wohnwägen auch so ein bisschen zusammen, also dadurch, dass wir jetzt diesen Platz dazwischen haben mit den beiden Wegen, die da hinführen und so eine Art wie Gemeinschaftsaufenthaltsort dazwischen und, äh, wir haben hier auch ein paar Objekte aus Outdoor-Leben verwendet, einfach weil es sich so anbietet, weil man ja hier sehr in der Natur draußen ist und ich finde den neuen Grill aus der, äh, aus dem Kleinkinder-Accessoire-Pack, ich fand der war sehr süß und passte hier sehr gut hin, auch einfach weil es den in sehr bunten Farben gibt, was ich auch cool fand und die zwei haben ein Lagerfeuer, weil ich fand auch das passt hier eigentlich ganz gut hin und wir hatten diese kleine Nische einfach schon im Weg, wo das gut hingepasst hat und ja, jetzt haben wir noch jede Menge Pflanzen und Farne und es ist ziemlich überwachsen und, ähm, wie gesagt, dadurch geht der Preis des Grundstücks auch noch ziemlich hoch, also, wenn ihr da auch nur einige von löschen würdet, wäre es schon ziemlich günstiger hier und, ja, und das, äh, Auto geht so ein bisschen über das Grundstück hinaus, weil ich nicht, keinen Platz hatte, ähm, für nur auf dem Grundstück, dieses Auto zu platzieren, aber, äh, ich finde dadurch wirkt es noch ein bisschen realistischer, weil normalerweise, wenn irgendwo ein Wohnwagen steht, hat man ja nicht irgendwie einen exakt quadratisch oder exakt rechteckig abgemessenen Raum, der dazugehört und alles andere ist absolut nicht mehr dabei, obwohl kein Zaun da ist und nichts, also, von daher fand ich das ganz praktisch und, ähm, ja, wie gesagt, beide Wohnwägen sind ziemlich, ziemlich eingewachsen und jetzt auch hier hinter den Wohnwägen ist theoretisch noch Platz auf dem Grundstück, aber da ist jetzt nichts mehr an, an benutzbaren Objekten oder so weiter dabei und, ähm, ja, mal schauen, ob wir Urmel und Conny für immer in den Wohnwägen leben lassen oder ob sie dann vielleicht eher so in Richtung auch einer etwas, ähm, standfesteren Residenz irgendwann tendieren, aber ich finde, für jetzt ist es auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich finde, äh, es ist ein Lebensstil, der auch absolut zu den beiden passt und ich freue mich, dass ich in einem Wohnwagen spielen kann. Das war halt beim, beim letzten Wohnwagen, war es wirklich so, oh, ich möchte so gerne da drin spielen, aber ich habe im Moment keine Zeit und in den Let's Plays passt das nicht so richtig und jetzt ist es für mich so voll so, ha, 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 ich kann doch drin spielen und hier unter diesem Baum platzieren wir nachher, ähm, also nicht jetzt hier im, äh, Hausbau-Video, aber später, wenn Conny und Urmel einziehen, die Grabsteine von Dori und Momo. Das sind zwei Schwestern, die als Vampire, äh, verbrannt sind, die Conny und Urmel jetzt zurück ins Leben, zurück ins Leben holen wollen und ich finde, das ist auch ein schöner Ort irgendwie dafür, weil es so friedlich ist und unter dem Baum und gleichzeitig so ein bisschen geschützt eben durch die Zweige und, äh, ja, hier, äh, haben wir jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten, die dazu kommen und da sind wir auch bald schon am Ende. Wir platzieren jetzt hier noch so ein paar, ähm, Pflanzkästen drumherum. Ähm, auch da wahrscheinlich würde man das nicht machen, wenn der Wohnwagen noch bewegt würde, weil es abfallen würde und kaputt ginge und so weiter und, äh, ja, und hier, das fand ich total süß, ich habe Blumen außen an den Wohnwagen dran gepackt, weil ich auch, ich habe schon so VW-Busse gesehen, wo jemand wirklich Blumen oder Planeten oder generell Zeug einfach außen dran gemalt hat und ich fand es total kreativ, einfach, ja, daran zu denken, mehr mit seinen Sachen zu machen, also da auch, äh, mehr zu verzieren und mehr zu dekorieren und dann haben wir hier auch so ein bisschen davon mitgemacht. Ich glaube auch, ich habe da im letzten Video schon drüber gesprochen, aber ich muss dann immer an den Bandenwohnwagen von den wilden Hühnern denken, also von der Buchreihe von Cornelia Funke und ich glaube, da ist auch irgendwie, dass der Vater und die Mutter von Trude, der ja der Wohnwagen eigentlich gehört, auch lauter Planeten und Sterne und so weiter an den Wohnwagen gemalt haben und ich fand das auch irgendwie, als Kind musste ich da viel dran denken und fand die Idee total cool und natürlich haben wir hier auch ein Windspiel irgendwo, ähm, weil es einfach, ich meine, komm, wenn irgendwo ein Windspiel hängt, dann hier und, äh, ja, ich habe noch ein paar Gartengeräte hier außen auch dran gepackt, ähm, weil halt auch Ohme sich auch im Garten einigermaßen, denke ich mal, aktiv auch beteiligen wird, wir haben hier später auch Pflanzkästen, da kommen sie gerade und da fand ich eigentlich, dass es hier auch ganz gut passt, außen am Wohnwagen dann irgendwie noch einen Gartenschlauch und eine Hacke und so weiter hängen zu haben und hier kommen noch so ein paar, ähm, ja, Dekorationen außen an den Wohnwägen dran. Ich finde manchmal so diese kleinen Sachen, diese kleinen Details und diese kleinen Schliffe, die man am Ende noch hinzufügt, dass die manchmal so einen Unterschied machen können und dann auch wirklich, äh, sehr schön aussehen können und, ähm, ja, hier sind wir in den Screenshots, hier seht ihr die beiden Wohnwägen mal von ein bisschen weiter weg, die Markise, aber auch so den, den Gartenbereich außen. Hier haben wir die gemeinsame Küche, ähm, auch sehr, ähm, ja, jugendlich, finde ich, sehr bunt. Hier haben wir Urmisszimmer, das ist vielleicht etwas weniger, äh, multikulturell als jetzt Connys. Hier haben wir das gemeinsame Wohnzimmer mit dem Sofa, was die beiden schon, als sie noch bei Phoebe gewohnt haben, zusammen auf dem Flohmarkt gekauft haben. Hier haben wir Connys Schlafzimmer, das ist persönlich mit mein Lieblingsraum. Also ich würde lieber in Connys Schlafzimmer wohnen als in Urmiss. Hier haben wir noch den Außenbereich von den beiden und da hinten seht ihr auch die beiden Grabsteine und, äh, ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal.